Diese Musik war gerade ein wenig zu laut. Ja, manchmal passiert das. Willkommen zurück zu Super Mario World Central Production. Into the Water. Ja, es ist alles mit Wasserlevels hier. Was ist? Oh ja, bitte. Ich bitte darum. Ja, das ist hier die Wahrheit, Leute. Das ist hier die Wahrheit. Das ist hier die Wahrheit. So muss man das machen. Ich bin ja jetzt schon wieder drüber. Ist egal, komm. Wir kriegen das hin. Heute haben wir gute Laune. Eins, zwei, drei, gute Laune. War hier Secret Exit? Wenn ja, habe ich keine gute Laune. Doch, ist bestimmt egal. Ja, ja, ja. Ja, aber wir haben keine Scavenger Hand mehr, deswegen ist das hier alles nicht so schlimm, Werner. Wie wäre es, wenn wir uns einfach mal in Ruhe allen Dingen widmen, die jetzt nicht so schlimm sind. Oh, wie er hier runterfällt. Wie so ein Stein. Ich meine, das Design ist schön. Könnte ja der Levelhersteller gerade nichts für, dass ich hier keinen Bock drauf habe. Aber das ist irgendwie geil, ne? Also, ich weiß nicht. Irgendwie hat das was. Mochte, nee, nee. Und Maddy wieder am Anfang erzählt. Oh, das mache ich hier ohne Safe Stakes, hat der Maddy gesagt. Und der Maddy hat gelogen. Der Maddy hat gelogen. Und zwar wie ein, wie ein Dalmatiner. Habe ich gelogen? Ja, gelogen. Ach so, das ist Wasser hier. Jetzt besser. Ach, das... Pfff. Okay, da unten, die Stacheln, die sind natürlich keine Freunde von mir. Ist ja klar. Wie könnte ich auch noch was anderes denken? Haha. Wir werden keine Freunde. Scheiße, das ist mit Siegel-Echsen. Nee, 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 nee. Ah, da oben ist eine Sprachbox. Watch out for the wild water. You will sa- It will suck you down. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Muss ich dafür was bezahlen? Ja, Mario. Nicht so... Oh. Okay, ich glaube, die haben sich abgesprochen. Und die wollten die schlimmste Wasserwelt machen, die es jemals in dem Heck gab. Und sie sind sehr nah dran. Sie sind definitiv sehr nah dran. Jetzt versuche ich mal... Nee, ich kann da nicht mehr hin, oder? Nee, ich bin schon drüber. Das ist egal. Wie soll das denn hier gehen? Also jetzt... Na ganz rechts und dann wieder nach links ausweichen. Nee, andersrum. Okay. Okay, Baby. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es schon klar eigentlich, ne? Ja, dann ist es doch hier sehr vorhersehbar. Jetzt machen wir das. Jetzt sind wir hier im Zauberkistli. Die Schöschischächtli. Ist das eine Sache, die man sagt? Schöschischächtli? Ach, mein Gott, nicht, ey. Ich habe ihn wieder vergessen. Das ist aber auch... Ach, genau, hier. Ja. Bitte. Es steht hier irgendwas von wegen schlimmster Level im ganzen Heck. Ich hoffe es. Ja, dann habe ich den nämlich geschafft und dann war es das. Ja, ja, ich hätte jetzt hier gerne eine Blume. Ey, das ist... Wer? Da muss doch irgendjemand gesagt haben. Ja, ja, ist okay, Mama. Leute, das hier ist Kaizo. Das ist Kaizo hier. Und das Schöne ist ja immer noch, dass ich das hier zweimal machen muss. Mindestens. Aber das ist so gut. Ihr glaubt gar nicht, wie herausragend das Gefühl ist, wenn man das hier zum zweiten Mal geschafft hat. Ja, das ist... Das entzieht sich vollkommen eurer Kenntnis, glaube ich. Ich versuche es mal. Hier ist doch nichts. Und weiter geht's. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Ah. Ich war ja eigentlich immer ein Freund von Unterwasser-Sidescrolling-Leveln. Aber das hier, das ist... Ich mag das beim Mario Maker. Hier mag ich das nicht. Ne. Machen wir mal Lampen an hier. Die, 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 die. Leute, mit dem Cape oder einer Blume, ne? Oder mit dem Yoshi. Oder mit dem Bier. Wird das hier viel besser. Jetzt habe ich die Lampe vergessen. Ah. Einmal. Ah. Ah. Die sehen zwar nicht so aus, aber das sind Ninjis. Das wird immer schneller hier. Was ist das denn da unten für ein Vieh? Ich frage nicht. Okay. Midway Point. Danke. Obwohl, es ging eigentlich, ne? Es ging. So. Ich gehe mal davon aus, dass der Secret Exit hier nach dem Midway Point ist. Ich gehe mal hier runter. Moin. Da ist nichts. Ja. 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 Na, guck mal, hier. Chuck Norris kommt dadurch, ohne Power-Up zu verlieren. Ne, der kann das. Ich habe mal mit ihm geredet. Der kann das wirklich. Ich habe neulich angerufen und habe gesagt, Chuckie, wie sieht es aus? Schaffst du es, ohne Power-Up zu verlieren? Und er so, Logan. Und ich habe gesagt, okay. Sagt heutzutage noch jemand Logan? Nein. Und dann war er sehr pissig. Aber das ist ein Problem, was ich habe. Bitte. Ach, ja, genau. Ah, ja, ja, ja. Hier. Hä? Bitte nicht. Ja. Ja, doch. Doch, doch. Es ist machbar. Es ist alles machbar. Ich bin hier. Oh Gott. Ne, 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 ne. Ne. Wie gesagt, wenn der Maddie keinen Schreikampf kriegt, ist der Heck nicht gut. Das ist einfach eine Regel. Okay, du gehst mir jetzt erstmal aus der Sonne. Ja. Ich möchte hier einmal hin. Wetten, hier ist noch was? Ne. Ich möchte wissen, wo das Secret Exit ist. Das ist bestimmt so gemacht, dass man den Level komplett zweimal spielen muss. Ja, hier, jetzt rechts oder so. Da ist Secret Exit. Oder hier hochfliegen. Moin. Zeig doch. Ich bin über das Exit drüber. Ja. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr saftig. Ne, warte mal. Was ist, wenn ich hier unten lang gehe? Ich muss hier... Hier ist doch irgendwo ein Secret Exit. Ich sage es doch. Ich sage es euch, Leute. Hier ist es irgendwo. Wenn ich hier nämlich... Ne. Aber wir können zumindest noch eine neue Feder uns holen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Leute, einfach keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. So lediglich keine Ahnung. Einfach nur keine Ahnung. Boah. Hier ist ein theoretisches... Oh. Ein Unterwasser-Ghost-Haus. Ich... Boah ey. Pack alles in eine Tonne. Mit einem Knüppel drauf. Shoreline Woods. Den mache ich jetzt. Moin. Das ist hier Mario Kart Musik. Das muss entspannt sein. Das ist eine Regel. Wieso habe ich da oben... Was ist das denn? Das ist doch jetzt nicht das, was ich hatte. Scheiß Custom Graphics. Get your shit together. Ne. Bam. Ne. Das sieht nur so aus, als wäre ich hier voll souverän bei der Sache. Ist das ein Sprung, den man machen muss hier ohne Cape? Bam. Och ja. Gib mir die Disco Shell, Junge. Gib mir die Disco Shell. Ich mag dir. Baby. Ich will die Disco Shell. Oh Baby. Disco Shell. Disco Shell. Was ist hier eigentlich? Ach so. Ja, das geht auch. Oh. Ach so. Ja gut. Ach ja. Ich habe es doch verstanden, Kinder. Mach doch hier nicht so einen Lauten. Ich muss das so machen. So. So. Und dann gehe ich hier nochmal drüber runter und dann geht es hier rein. Jawohl. So geht es. So geht es. So geht es. Ach da ist... Ah. Ja, das habe ich super getimed, ne? Das war aber auch so beabsichtigt. Es ist... Es ist einfach... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Liegt es am Heck? Liegt es an mir? Es muss so ein bisschen vom Beiden sein. Also das ist... Es ist einfach so getimed, dass jedes Mal, wo man Ärger kriegen kann, man auch Ärger kriegt. So. Kann ich... Hier weiter. Irgendwann überspringen. Ja, ne. Da haben die vorgesorgt, ne? Arschgeigen. Ich versuche mal nach oben. So. Ja, siehst du mal. Und ihr habt gedacht, ich kann es nicht. So, jetzt pass auf. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen, aber es sieht gut aus. Keine Ahnung. Hallo. Ich fühle mich jetzt gerade... Okay. Ja, an sich ist das... Hilfe. Ich frage einfach nicht. Ich... Ich mache das einfach. Oh Gott. Ne, das war falsch. Oh. Ein Griebenschmalz-Hack. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Wieso... Wieso soll das denn gehen hier? Also irgendwas ist hier nicht zu Ende gedacht worden. Wie wäre es, wenn ich hier oben rein... Ne. Vermutlich muss ich da oben... Ah. Hallo. Wie wäre es, wenn ich einfach von den Dingern hier eins nehme? Ne. Kann ja nicht. Hä? Ich glaube, ich habe den Level kaputt gemacht. Von vorne bis hinten kaputt gemacht. Vielleicht brauche ich auch was. Also ich muss auf jeden Fall... Da eine Shell hinschmeißen, damit Kollege... Der Kollege... Oder... 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 Ich gehe einfach nochmal hier lang. So. Hallo. What? Ich weiß nicht. Ich habe auch... Also ich speigere jetzt einfach. Ah. Jetzt ist der Typ da im Weg. Dann mache ich das halt mit Timing. Ey. Äh. Das ist... Ne. Warte dann. Ah. Ja. 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 Okay. 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 Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. So. Okay. Jetzt habe ich hier einen Switch. Und ich danke dir dafür, dass ich einen Switch kriege. Dann gehen wir mal hier lang. Äh. Leute. Ich habe es raus. Ich habe... Ich habe einen Plan. Wir haben einen Plan. Jetzt sagt bitte nicht, dass hier der Hammerbruder ist, weil dann schreie ich. Dann... Dann weiß ich echt nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier den halben Level übersprungen habe, wo ich es eigentlich nicht... Ach, moin. Ach, das ist ein anderer. Das ist gut. Da ist das ja nicht so schlimm. Hark! Hark! Okay. Ihr werdet übrigens diese Sidescrolling-Passage hier bei mir niemals sehen. Das tut mir leid. Aber das ist einfach... Vorsprung durch Technik. Mein Gott! Jetzt mach, dass der Level aufhört! Was ist hier denn los? Also irgendjemand hat es hier von vorne bis hinten nicht zu Ende gedacht. Ah! Ihr glaubt gar nicht, wie ich mit den Augen hier über den Bildschirm flitze. Das ist unerträglich... Ja! Ja! Ich weiß es nicht. Ich kann... Ja! 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 Okay. Ich verstehe das.